Was geht, Leute? Mein Name ist, Leute, Danny! Das ist, Leute! Willkommen back bei Guns & Glory! Das ist Happy Wheels in 3D quasi. Ihr werdet mehr sehen, wenn ich anfange. Und es gibt hier auch verschiedene Level. Einige Sachen muss ich dazu sagen, das spielt noch in der Alpha. Es ist noch eine ganz frühe Version, deswegen gibt es hier erst ein paar Level. Aber es gibt genug Level. Ich habe es schon mal gespielt. Die Aufnahme ist allerdings abgekackt, was ein bisschen schade war. Aber es ist nicht so schlimm, es hat Spaß gemacht. Deswegen, wir nehmen gleich mal etwas, was ein bisschen Industrial Power. Das habe ich nicht gespielt. Ich habe nur zwei Level gespielt. Und man kann sich zwischen drei Charakteren entscheiden. Man kann entweder John und Jimmy nehmen. Weil, was witzig ist, weil normalerweise heißt er ja Timmy bei Happy Wheels. Und ich habe ihn immer Jimmy genannt. Ich war derjenige. Und jetzt heißt er hier wirklich Jimmy. Aber er heißt nicht Frederico. Wenn er Frederico geheißen hätte, das wäre das Beste in meinem Leben. Aber er heißt John. Er heißt John. Da gibt es noch den hier, aber der ist noch nicht da, leider. Und da gibt es noch so eine junge Familie. Allerdings sind die auch noch nicht da, aber die kommen noch rein. Da bin ich mir sicher. Okay. Also das Ziel ist es, diese ganzen Sachen durchzubekommen. Okay, bist du bereit, Jimmy? Mach dich bereit. Oh, shit. Oh, okay. Das war kein guter Anfang. Jimmy, lebst du noch? Okay, ich habe das Level nicht gespielt. Wir müssen langsam vorgehen. Ganz langsam. Oh, nicht so schnell. Und jetzt volle Geschwindigkeit. Easy. Man kann nicht auf Frontwärtsalus machen. Passt auf. Seid ihr bereit? Okay. Nein. Okay. Okay. Wie lebe ich noch? Fahr einfach, fahr einfach. Easy. Oh, ich lebe. Ich habe keine Ahnung, wie ich noch lebe. Oh, das ist Segen. Oh, mein Gott. Ich fahr einfach durch. Ich bin egal. Jimmy. Jimmy. Jimmy, du blutest. Jimmy. Krankenwagen. Oh, hier bekommen wir einen Boost. Sollen wir jetzt halt so easy. Oh, nein, 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 nein. Nicht runterfallen. Oh, shit. Okay. Okay. Ich lebe noch. Kein Ding. Ich lebe zwar noch, aber ich... Oh, irgendwas. Jemand schießt auf mich. Pfeile? Kein Pfeil trifft mich. Hey, ich weise nicht mehr aus. Guck mal, seht ihr das? Au. Oh, shit. Okay, ein Pfeil ist gerade in meinen Penis geschossen. Ich habe es gesehen. Was passiert hier gerade? Okay. Jetzt bin ich tot. Oh, nice. Wir haben schon den Checkpoint erreicht. Das ist ziemlich gut. Ah, frick. Jimmy, halt dich fest und bleib motiviert. Dein Danny macht das schon. Du musst an dein Danny glauben. Dein Danny weiß, wie das Leben funktioniert. Er hat das schon öfter gemacht. Und jetzt... Oh, Vollspeed. Frontwärtsalto. Was war das für ein Auto? Wieso bin ich gestorben, als ich in der Luft war? Okay, du kannst aufhören. Ich glaube, ich bin schon tot. Fahr, fahr. Nice. What? Wie bin ich gestorben? Und... Oh, what? Ich habe gar keine Ahnung, was hier vor sich geht. Ich meine, das Spiel kann noch ein paar Bugs haben. Ja. Weil es ist ja noch in der Alpha. Das klingt brutal. Komm schon, geh hoch. Yes. Hast du gesehen, Jimmy? Wo bin ich? Ich sehe nichts. Okay, alles gut. Ich lebe noch. Wie lebe ich noch? Nein. Ich fall jedes Mal runter. Jedes Mal. Ich komme auch nicht wirklich hoch. Das ist das Problem. Wow. Dieses Level ist eine Challenge. Meine Güte. Okay. Komm schon. Jetzt aber richtig. Jetzt machen wir keine... Oh, ja. Jetzt machen wir keine Scherze. Okay, Jimmy. Bleib da. Jimmy will auf der sicheren Seite bleiben. Er ist eine kleine Pussy. Ist okay. Kennen wir nicht anders von ihm. Wieso schaffe ich das nicht? Ich meine, ich habe es vorhin geschafft. Aber jetzt irgendwie nicht. Ah, ich habe die Taktik. Ich habe die Taktik. Okay, okay, okay. Oh, nein. Nein. Jedes Mal. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist echt eine harte Challenge. Ich habe dieses Level, by the way, noch nicht gespielt. Deswegen bin ich noch nicht so gut drin. Äh, ja. Ich bin tot. Kannst du mich bitte dahinter in Ruhe lassen? Oh, shit. Jimmy, hast du das gesehen? Nein. Da war das nicht der Checkpoint. Ich habe es fast geschafft. Oh, ich schwitze ganz schön. Konzentration jetzt. Jetzt aber konzentrieren. Ist das dein Ernst? Das ist das härteste Level, was ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Fahr weiter. Es ist nur in deinem Arschloch. Ist okay. Das gehört dazu. Gibst du das, magst du? Ja, mir gefällt das. Jetzt genießt er es richtig. Jetzt schaffst du es. Wetten? Wieso hat mir das Teil kein Booster gegeben? Wieso hat mir das Teil kein Booster gegeben? Wieso bist du jetzt gestorben? Wow, da kommt viel Blut raus. Alter. Das hört gar nicht mehr auf. Äh, krankwagen. Yes. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ja. Ich habe den Checkpoint erreicht. Oh nein, mir fehlt ein Arm. Alles okay. Oh, das ist ein guter Ventilator, glaube ich. Yes, easy. Oh, Riley Cyrus. What? Fahr einfach. Oh, fahr einfach. Fahr hier durch. Fahr hier durch. Okay, du bist tot. Ist egal. Wir haben den Checkpoint, glaube ich, bekommen, oder? Sag mir bitte. Ja, wir haben bekommen den Checkpoint. Das ist das einzige, worauf ich gehofft habe. Alter. Das ist gefährlich. Ich warte kurz. Das ist ein Checkpoint. Oh, das Teil kann mich erwischen? Nein, das war doch kein Checkpoint. Wir fangen trotzdem hier oben an. Ich verstehe. Also wir müssen es auf jeden Fall bekommen. Oh shit. Fahr einfach weiter. Oh nein. Ist das dein Ernst? John. Ist das dein Scheiß Ernst? Wieso schläfst du? Okay, verlangsamt rückwärts. Ich habe das, äh, war nicht geplant. Jimmy, nein. Okay, nimm meinen Sohn. Du kannst ihn haben. Ich gehe weg, bye-bye. Oh, das ist ein Checkpoint. Ich sehe es. Bitte jetzt störe, aber nicht. Was ist das? Ist das denn das Segen? What? Okay. Let's do this shit. Lass uns das tun. Easy. Keine Challenge. Oh. Autsch. Ich wurde zerteilt. Armer John. Rip in peace, bro. Okay, easy. Segen. Ich habe kein Respekt. Okay, ich habe vielleicht noch nicht mehr Respekt vor Segen haben. Alle zu Hause. John, 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 John. Komm schon. Ich meine das ernst. Ich will, dass du's jetzt da... Oh, 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 oh. Oh, da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Ja, John, wir lieben dich. Und ich mag keiner, Jimmy. Oh, das war ein hartes Level. Okay, nehmen wir einfach mal... Ah, difficult. Hard. Was ist N-A? Ja, wir nehmen einfach mal Medium. Difficult Minion. Candid on Main Street. Oder wir nehmen Full Moon Madness. Das sieht interessant aus. Voll Moon. Hä? Okay, wir werden sehen. Spielen wir im Dunkeln? Ich glaube, ja. Oh, shit. Es ist voll dunkel. Wow. Okay. Jetzt sind sie eben am Start. Das ist aber normal schwer. Alter, Mighty Cyrus rockt ja... Alter, Mighty Cyrus rockt ja richtig. Okay, Moment mal. Ich warte mal kurz. Bevor mich das Teil erwischt. Okay. Kannst du mich mit am Leben lassen? Vielen Dank. Ich liebe dich auch. Bye, bye. Aber nicht unbedingt, okay? Okay. Ich glaube, meine ich... Was wird abgeschossen? Was ist das? Feuerwerk? Easy. Davon lasst du mich nicht abbringen. Denkst du, das bekommt mich? Keiner kann mich aufhalten. Ich bin John. John, der Boss. So nennt man mich auch bei mir im Ghetto. Das ist richtig. Jimmy und ich leben im Ghetto. Deswegen sind wir es gewohnt, durchgesägt zu werden. Alter, das sind mehr Sägen. Was soll ich drücken? Keyboard Sets. Was ist Sets? Oh, cool. Ich habe sogar eine Lampe. Wo ist es? Oh. Okay, ich fahre einfach durch. Easy. Oh, sorry, Jimmy. War das mein Arm? Ich glaube, das war mein Arm. Ist okay. Ich kann auch ohne Arme. Ja, jetzt nicht mehr. Ach, du Scheiße, Alter. Wisst ihr was? Ich fahre jetzt einfach. Oh, das ist eine gute Idee. Oh, Jimmy. Jimmy, wurdest du getroffen? Wie soll ich das Licht anmachen? Ich sehe sonst gar nichts. Okay, jetzt sind wir vorsichtig. Ich komme schon. Sehr... Oh, da ist eine Säge. Ich darf nicht... Oh, nein. Habe ich das Checkpoint noch bekommen? Nein, ich habe das Checkpoint nicht mehr bekommen. Ich bin gestorben. Scheiße. Okay, wenn die erste Säge hier durch ist, können wir fahren. Naja, nicht ganz. Ich glaube, Jimmy hat es erwischt. Ich bin mir nicht genau sicher. Wisst ihr, was ist okay? Hey, was soll ich noch hier tun? Soll ich hier richtig langsam fahren? Ich glaube, ja. Okay, fahr so... Oh, wow. Wie soll das gehen? Äh, oh, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Okay. Kein Problem. Ihr habt gesehen, mich kann nichts aufhalten. Wo ist der nächste Checkpoint? 40 Meter von hier entfernt. Oh, Min. Ach, du Scheiße. Jetzt sind Minen am Boden. Okay. Oh, das ist nicht gut. Es aktiviert doch die Minen, oder? Ich lebe doch aus irgendeinem Grund. Okay, jetzt bin ich umgefallen. Verdammt. Nein, ich fange wieder hier an. Das nennst du Medium, Bro? Das nennst du Medium? Ja, das nennt er Medium. Äh, okay. Ich wurde da zerschlitzt. Aber ich fahre einfach weiter. Macht Sinn, auf jeden Fall. Ich finde das voll schwer, muss ich sagen. Oder muss ich da einfach ganz langsam durchfahren? Kannst du bitte Lichter machen? Ich sehe sonst gar nichts. Okay, danke. Ja, ich gehe mal davon aus. Ganz langsam. Oh, nein. Ich muss es jetzt schaffen, Leute. Ohne einen verdammten Checkpoint. Wie dumm ist das denn? Ich weiß nicht, wie... Oh, meine Güte. Das sind eine Menge. Eine Menge Minen. Alter. Okay, jetzt Konzentration, Jimmy. Bist du bereit? Da ist es doch. Oh, richtig langsam. Oh, wir müssen einfach nur gerade ausfahren. Ja. Nein, nein, nein. Zurück. Ist das dein Ernst? Ist das dein... Ich schwanke. Oh, oh, nein. Okay, alles gut. Oh, das war knapp. Es hätte fast die Mine erwischt. Aber wir leben noch. Alles gut. Okay. Da ist das Ziel. Gib mir einen Boost. Yes. Und wir haben es. Danke, meine Fans. Ich liebe euch auch. Nice, John. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ich bin echt ein Pro im Videospiel. Definitiv. Okay, das war es mit Guts and Glory, das Spiel. Es ist super, super Spaß. Ich lasse mich in den Kommentaren ein bisschen, wenn ihr mehr davon seht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Es, ähm, wie gesagt, schaut euch mal. Es steht da Early Alpha Bild. Also, es ist noch ganz, ganz, ganz früh in der ersten Stage oder so. Also, ja. Wenn ihr mehr davon seht, lasst es mich einfach wissen. Schreibt es in die Kommentare. Sagt, dass es euch gut geht. Und sagt, dass ihr mehr sehen wollt. Okay, vielen Dank. Schau dir bis zum nächsten Mal auf den wichtigen Links. Falls es dir gefallen hat, sagt wie, Peres, du bist so ein leckeres Video, abonnierst jetzt. Und bis zum nächsten Mal, ich bin jetzt mit dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich, wie wir uns noch auf 3, 2, 1, tschau. Bis zum nächsten Mal.